Die Leuka hat gestartet heute früh entspannt mit dem Alex Express hoch zum Torrenthorn. Wir müssen auf alle Fälle noch ein paar mal hoch, aber so oder so alles Bombe. Wir müssen auf alle Fälle noch ein paar mal hoch, aber so oder so. Winter begann ja wirklich grausam Weihnachten und dann so ein Game Changer innerhalb von zehn Tagen verändert sich die Situation komplett und dann das hier. Musik Musik Ah, das war glaube ich geil. Musik Entspannter Aufstieg zum Torrenthorn fast auf 3000. So genau wollen wir hier die Gipfel nicht nehmen. Die brauchen wir ja eh nur zum Runterfahren. Musik Das Auto direkt hier hin, Leukerbad. Fette Tage im Powder. Ein unglaubliches Timing. Dann reißt das auf Bluebird. Wir machen die ersten Touren und sind ja jeden Tag fett im Powder unterwegs mit den dicksten Skiern, mit den fettesten Waffen, die uns zur Verfügung stehen. Der Blick Westausgang vom Wallis. Heute Abend geht die Sonne da unter. Musik Musik Ja, Leukerbad ist eh. Wir sind drauf gekommen, weil in unserem Alter ist ja auch wichtig, dass man so Rheuma-Anwendungen schon mal bekommt. Wir gehen ja auf die 50 zu und deshalb suchen wir gerne Kurorte, weil wir dann noch in Heilwasserquellen und so spielen können. Dass sich dann aber neben unseren Rheuma-Anwendungen und allem anderen Wellness-Zeug, dass man so mit den morschen Knochen benötigt, auch noch so ein Freeride-Paradise hier eröffnet, hätten wir natürlich nicht gedacht. Ja, da müssen wir hin und das müssen wir mit dem Heli abholen. Rufen wir einfach an. Der alte Rettung ist drin, oder? Musik 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 Wir müssen jetzt hier gerade runter. Musik 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 Das ist einfach pure fun, absolut pure fun. Musik 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 Musik